Herzlich Willkommen bei unserem Kanal PRAGUAI LIVE. Ich bin der Pit und schaut euch das nächste Video an. Wie immer, abonniere den Kanal, um nichts zu verpassen und Likes nach oben. Bis dann! Man kann dahinter das blaue Himmel sehen, obwohl es in Paraguay richtig heiß ist im Vergleich zu Polen bzw. zu Deutschland. Also wie gesagt, schon wieder aus Paraguay melde ich mich und grüße natürlich alle YouTuber und danke euch ganz ganz herzlich für eure Fragen. Kurze Zusammenfassung, heute aber vor allem, was machen wir in diesem Jahr 2020? Also bleibt ihr dran, ok? Also man sieht, dass wir halt in Paraguay sind, und zwar bei uns. Man kann es halt auch die schönen Palmen sehen, auch vom Wetter her. Ja, es ist logischerweise etwas anders. Man sieht, es ist einfach herrlich. Also ich bin ganz ehrlich gesagt begeistert von diesem Blick und bin immer auch wieder gerne in Paraguay bzw. zurück nach Paraguay gekommen. Und das ist auch der Grund dafür. Man fühlt sich einfach top zu Hause. Ich bin natürlich schon aus Polen bzw. auch teilweise aus Deutschland zurückgekehrt und zuerst wirklich vielen, vielen Dank nochmal an eure Fragen, an eure Unterstützung, wie ich ja gesagt habe, im letzten Jahr. Und natürlich hoffen wir zusammen mit meiner Frau, dass es auch in diesem Jahr so bleibt. Also toll, 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 toll für alle YouTuber-Fans und vor allem natürlich von unserem Kanal. Nicht, dass ich so gelb bin, ich bin ja in unserem Kincho, also wie gesagt, da sieht man so praktisch ein Swimmingpool dahinter und oben, also wirklich ein super Bereich, wo vor allem, also wirklich das Top-Klima herrscht. Also ist es nicht zu heiß. Die Abdeckung ist ja natürlich. Gut, aber jetzt zum Thema. Wie gesagt, viele von euch, das was die nicht im 19.000 oder 2019 realisiert haben, wollen vielleicht in diesem Jahr realisieren. Und dazu seid ihr herzlich eingeladen. Aber man muss es tun. Man muss es tun, 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 tun. Auf jeden Fall. Ich würde es nicht Plan B nennen. Ich nenne es Plan A. Also was ist Sache? Ich habe ein paar Sachen, was wir in diesem Jahr tun werden. Und zwar natürlich vorwiegend eure Fragen beantworten. Ja, es gibt wieder, also sehr, sehr viele Fragen, sowohl per E-Mail oder meistens per E-Mail, auch WhatsApp. Also ich habe viel, viele Gespräche auch gehabt. In Polen, sowohl als auch in Deutschland. Auch einige Events gehabt. Nichts, sage ich mal, extra Einladungen rausgeschickt. Das waren wirklich viele Leute, die gesagt haben, komm Pitt, mach mal was zusammen und erzähl noch mal ein bisschen. Und so ist es auch gegangen. Erzähle euch gleich ganz kurz darüber und werde mit euch bleiben. Okay? Ich gucke gerade, ich wäre nicht ich, wenn ich natürlich mein Tererere nicht dabei hätte. Also Prost. So. Ganz ehrlich gefragt an euch. Viele fragen mich, Pitt, erzähl von deinen Erfahrungen. Okay, klar, ich bin ja fast 18 Jahre in Paraguay. Und wisst ihr was? Das Wichtigste ist, dass wir auch in diesem Jahr, also 2020, auch in unserem Team, also in einer Gruppe von wirklich Top-Leuten arbeiten werden. Also das, was wir schon 2019 getan haben, werden wir auch dieses Jahr tun. Natürlich mit mehr Erfolg und mit eurer Hilfe. Also was Wichtigste ist, dass ihr die Entscheidungen trefft. Also lässt euch nicht veräppeln, kommt einfach hier rüber, weil Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Ja, aber ich bin einfach hierher gekommen. Und deshalb kann ich euch natürlich meine, beziehungsweise unsere Erfahrung auch weitergeben. Weitergeben. Das ist auch das Wichtigste. Was noch wichtig ist, sind natürlich Fragen, die ihr mir gestellt habt, bezüglich des Lebens in Paraguay. Klar, es ist in den letzten Jahren sicherlich alles teurer geworden. Ja, logisch. Es wird nirgendwo billiger, sogar in Polen, als ich da war, habe ich festgestellt, dass die Preise also enorm gestiegen sind. Was mich für Paraguay begeistert hat und immer noch begeistert hat, ist die Tatsache, dass man hier wirklich frei leben kann. Was heißt frei? Also, wenn ich nicht brauche, zahle ich auch keine Versicherung. Wenn ich nicht brauche, zahle ich keine Autoversicherung. Wenn ich nicht brauche oder nicht benötige, zahle ich auch keine Krankenversicherung. Und so fort und so weiter. Gut, jeder von euch sagt, Mensch, aber wie kann man so leben? Ja, eben. Das ist auch die Frage. Macht nicht den Fehler, geht nicht zusammen und denkt, ihr habt den Großen losgewonnen und alle warten auf euch. Wo? In Paraguay? Nein, 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 so ist es ja nicht. Ich schätze die Leute, die wirklich sich durchsetzen können. Und zu einem Durchsetzungsvermögen gehört natürlich was? Das eigene Denken. Also ich kann euch gerne helfen. Wir haben wirklich viele Menschen, jetzt die fast Schlange stehen. Klar helfen wir. Natürlich helfen wir auch nicht umsonst. Es wird bezahlt. Aber ihr habt die Sicherheit, dass es die richtigen Experten gibt, dass es die richtigen Grundstücke gibt, dass es die richtigen Wagen gibt, die auch angemeldet sind. Wir haben, wie gesagt, 18 Jahre Erfahrung. Und ich persönlich arbeite nur, und da wiederhole ich nochmal, nur mit Menschen zusammen, die ich auch persönlich kenne und die hundertprozentige Sicherheit euch geben können. Das ist es. Also, falls ihr Grundstücke kauft, kauft ihr die Grundstücke mit den entsprechenden Dokumenten. Also Titel, das heißt Eigentumsnachweis. Das Grundstück gehört euch. Und das ist ja wichtig. Also der Name muss übereinstimmen. Das Gleiche gilt für die Wagen, für die Autos. Genau das Gleiche. Also was ihr erwirbt, gehört euch. Und das ist das Wichtigste. Und das habe ich immer gesagt, sage auch und werde immer euch meine Ratschläge weitergeben. Warum? Da sollt ihr nicht auf die Nase fallen. Und zwar sehr unglücklich, sondern einfach deine Gedanken, dein Gehirn benutzen, um weiter voranzukommen. Ja, nicht die Arme, und die sich hinter verschiedenen Gruppen verstecken und sagen, in der Gruppe sind wir stark. Nein, 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 nein. In Deutschland habt ihr alleine geschafft. Ja? Ja. In der Schweiz, viele Schweizer, okay. In Österreich und so weiter. Also, lasst euch nicht erzählen, dass irgendjemand euch umsonst was tut. Paraguay ist auch ein Land wie jedes andere Land auf der Welt. Wollt ihr einen Makler haben? Müsst ihr ja bezahlen. Ihr wisst doch selber, wie viel das in Deutschland kostet. Braucht ihr einen Unternehmensberater? Müsst ihr bezahlen. Und so fort. Und so weiter. Also, zahlt einfach. Wenn ihr wirklich sicher seid, ihr seid mit den richtigen Leuten. Müsst ihr auch bezahlen. Die Entscheidung liegt natürlich bei euch. Und der Riesenbitte, lasst euch nicht veräppeln. Und das gebe ich euch einfach auf den Weg in diesem neuen Jahr 2020. Was natürlich schon, nicht fast vergangen ist, aber schon zwei Wochen, gute zwei Wochen herum sind. Also, bleibt wieder gesund. Alles okay. Und wie immer unten die Fragen stellen. Nicht vergessen, einfach die wichtigsten Fragen. Es ist so, viele fragen mich, Pitt, wie machst du das? Okay, es kommen, sage ich mal, 20 Fragen. Und, ich sage mal, 10 werden über Grundstücke gestellt. Gut, dann spreche ich über Grundstücke. Es werden 20 Fragen oder 30 Fragen über Autos gestellt. Dann spreche ich über Autos und so weiter. So funktioniert das bei uns. Und wir werden euch auf jeden Fall in diesem Jahr noch unser Team vorstellen. Mit den richtigen Leuten, die halt schon seit fast Ewigkeit mit mir persönlich zusammenarbeiten. Okay? Also, mach's gut in diesem Sinne. Wie gesagt, Links. Wiederum weitere Infos, weitere sehenswerte Videos von unserem Kanal. Bleibt wie immer dran. Abonniere den Kanal, falls ihr noch nicht gehabt habt. Und Likes nach oben. Und bleibt gesund. Mach's gut. Danke euch. Ciao, ciao.